Hallo Internets, hier ist wieder Beckenzack für euch und dabei habe ich diesmal nicht ein längeres Video, nein, ich habe heute mal was anderes für euch, nämlich ein kleines Gewinnspiel. Sie kennen das, Sie sind ein richtig großer Super Smash Brothers Fan und würden am liebsten nichts anderes tun, als den ganzen Tag zu smaschen. Zu allem Überfluss sind Sie auch noch ein sehr großer Fan von Mewtwo. Das Problem bei der ganzen Sache, es war Ihnen einfach viel zu teuer, sich beide Versionen von Super Smash Brothers zu kaufen. Wir haben aber eine Lösung für Sie. Beckenzack verlost auf seinem YouTube-Kanal EINEN Mewtwo 3DS-Code. Ganz recht, ich verlose für euch meinen Mewtwo 3DS-Download-Code, das heißt also, wenn ihr nur die 3DS-Version habt und nicht die Wii U-Version, möchtet aber ganz gerne mit Mewtwo spielen und nicht warten, bis er denn offiziell released wird, dann könnt ihr jetzt bei mir EINEN Download-Code gewinnen. Mitmachen ist ganz einfach, schreibt mir einfach unten in die Kommentare dieses YouTube-Videos, welcher euer Smash Brothers Main-Charakter ist und dann sagt mir warum. Und ich möchte keine professionelle Antwort hören, sowas wie, der killt früher, sein Abwehr ist ganz geil, mhm, mhm. Das will ich nicht sehen. Ich möchte einen Grund wissen, der möglichst bescheuert ist. Und den bescheuertsten Grund werde ich mir dann raussuchen und derjenige gewinnt dann den Code. Ja, also, mein Main ist Donkey Kong. Ich, ich spiele den ganz gern, weil ich ein Fury bin. Ich, ich stehe auf Pelz. Ja, hallo, ich spiele den Yoshi, das ist mein Main-Charakter. Ich spiele den ganz gerne, denn ich bin zwar als Mensch geboren, aber tief in meinem Inneren, da weiß ich, dass ich eigentlich ein Yoshi bin. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will bei der ganzen Sache. Also, ähm, schreibt euren bescheuertsten Grund in die Kommentare. Ich werde dann den bescheuertsten und den lustigsten Kommentar für mich persönlich auswählen und derjenige gewinnt dann halt den Mewtwo 3DS-Download-Code. Zeit habt ihr bis zum 22.04., dann endet das Gewinnspiel. Und ich würde sagen, schnappt euch Mewtwo, solange ihr noch könnt. So, ich wünsche euch dann jetzt erstmal viel Glück. Seid schön kreativ, postet es in die Kommentare. Und, ähm, ja, bis zum 22.04. habt ihr Zeit. Denkt dran, es geht um einen Mewtwo 3DS-Download-Code. Sind im Moment wahrscheinlich sehr heiß begehrt. Und, ja, bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Untertitelung des ZDF für funk, 2017